Liebling? Ja? Du musst ihn doch ins Ruhe lassen. Du bist ja so, ja, ja. Wir haben jetzt digitales Fernsehen, weißt du, Brad? Alle bekannten Fernsehkanäle und Premium-Sender und aus der Alice Videotech Kino-Hits und was weiß ich alles. Oh, da kriegt man Blockbuster aus Hollywood und Western. Jetzt neu mit Alice auf Fernsehen.